NTV läuft. Ich habe meine Mutter gerade angerufen. Gezwungenermaßen wird hier die ständige Zeit durch die Schach-Schecher geredet. An Schach stand auch Manny Monroe und wie sie alle heißen. Die Geschichte wissen wir alle. Das ist nur Tönnenbeck. Nur bei uns wird rückwärts gemacht. Rückwärts gemacht. Eine Geschichte, wo tatsächlich was war, dass ich hätte in der Zeitung sein müssten. Ich habe eine Ausbildung gemacht und nur bei mir stellen sich alle Zahnärzte rein. Ich überfahre auch mal einen Mensch und kriege nur zwei Jahre und mache einen Scheich draus. Ach, er hat das Bonbon nur in der Hand gehabt, der Salzmann. Dazwischen ist was passiert. Achso, das ist 6.56 Uhr. Da ist das Essen. Und wie gesagt, die Moderation. Oh, Frau Mioska, einen Preis kriegt sie sogar. Und schaut dabei zu. Ach ja, hier sieht das Essen so aus. Die Masturbation an Madonna, die kniete nämlich auch so hin. Und jetzt guten Hunger. Und Lukas, wer are you now? Wegen der Kabel, so sauber ist es bei mir nicht, denn wir Nationalist ist, oder? 6.56 Uhr. Sie können sich den Fernseher sehen. Und vor allen Dingen ist hier immer ein Bein, wird hier immer ein Stamm mitgeführt. Ja, ich müsste nochmal nach oben gehen. Aber es haben die ja scheinbar in Ulm auch schon immer so gehabt. Oder war es in Spanien? Gell? 6.57 Uhr. Ach, Silvia Körn. Und wenn man zurück...